So, gut zurück und im Modul 11 angelangt. Der Druckausgleich hat stattgefunden und somit können wir uns zu Emma bewegen. Eigentlich sollten wir äußere Schäden begutachten, aber ich habe keine weiteren Schäden entdecken können. Ich bin sehr viel herumgeflogen, Freunde. Und es wäre cool, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so einen systemweiten Scan machen könnte, wie es schon zwei, dreimal vorgekommen ist. Aber kann ich im Moment nicht. Wegpunkt umschalten und Kamera benutzen. Körser bewegen, Ziel bewegen, Bereich wechseln, fehlende Kartendaten. Ich weiß doch gar nicht, was die mit Bereich meinen. Zurück zur letzten Position. Ja, wäre hier, okay. Wegpunkt setzen und löschen. Wir haben keine weiteren Schäden am Schiff. Vergrößern zum Antworten. Keine Weinstimmung, okay. Aber das sind halt die Schäden, die die meint, nur wir haben keine weiteren Schäden festgestellt. Das wundert mich halt gerade so. Hm. Was war mit dem Kabel hier oben? Die ganzen Flaggen, auch wie cool. Laptop-Daten geborgen. Ups. Hm. Kamera benutzen. Na ja. Die meint echt äußere Schäden, ne? Wir müssen echt nochmal raus. Hm. Hihi, da ist unsere Sphäre. Ach wie geil. Wir können die sogar, wenn wir sie sehen, übernehmen. Okay. Warte mal. Wir hatten hier noch einen Raum mit einer Sphäre. Die war zwar inaktiv, aber... Da. Laptop. Inaktive. Schade. Kann man nicht aktivieren. Aber hier drin habe ich wenigstens Anzeigen. Auch gut. Auch wenn sie halt negativ sind. Ah. Also, morgen ist aber erst Vertragsunterzeichnung, ne? Ich habe jetzt gerade extra nochmal auf den Kalender geguckt. Also, ist schon klar, dass du noch jetzt einmal schlafen musst, ne? Bevor du dich freuen darfst. Und so richtig freuen darfst du dich sowieso erst nach der Probezeit, ne? Hihihi. Luke. Luke schließen. Ja, Kinder, ich glaube, ich habe Mist gebaut. Wir müssen echt nochmal raus, ne? Biu. Bum. 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 Ah, cool ey. Ja, darauf stoßen wir jetzt an. Zack. Hier, hier. In der Dekompression stoßen wir darauf an. Das ist auch cool gemacht. Wenn die Luft entweicht dann auch die Laufhe ankleben. Bums. Geht auch das. Der Sound. Der Sound. Das ist so cool gemacht. Bum. Cool, 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 Lukas. Das freut mich. Glückwunsch! Na ja, Glückwunsch Ersten, ne? Nachprobezeit, Freunde. Soll ich immer so früh hier irgendwie den Fass aufmachen? Die eine Luke auf, die andere Luke... Was? Ups. Jetzt hört sich hier wieder überall an. Sonst komme ich durch die engsten Räume. Ah, warte mal. Hier ist null Luft und die innere Luke ist offen. Ist nicht gut. Kann ich aber auch nicht. Wartungsschleuse nicht versiegelt. Alter, warte. So. Warte mal, warte mal. Interne Luke auf. Dann wäre ja jetzt die interne Luke eigentlich zu. Das ist die externe. Das sieht man am Schmutz. Ach, der meinte da hinten. Ich dachte hier die Verbindungsluke dazwischen. Weil normalerweise ist es logischer, wenn man diese Raumanzüge hinter dieser Luke anbringt. Also bevor man überhaupt in den Weltraum stoßen kann. Außerdem ist hier auch noch eine Luke. Die müsste sich... Ja, siehste. Na? Weltraumanzüge. Luke. So muss das eigentlich sein. Und die Luke hier, die muss zugehen. Warum ist die nicht zu? Okay. Alles klar. Funktioniert die hier nicht? Müssen wir die erstmal wieder in den Start setzen? Oh. Das ist ja wieder überall anlötzen. Mann, Mann, Mann. Ich sehe nichts zum... ...kontrollieren. Nix. Sphären-Skript. Ja, aber doch schon länger genau. Okay, dann muss es halt da draußen die Tür sein. Okay, okay, okay. Ich hatte jetzt einfach nur ein bisschen Angst um die gute Emma. Ich hatte keine Lust, hier jetzt die Luft aus der Station rauszupusten. Das war schon ein bisschen doof, ne? Ja, das ist wichtig. Seriös und groß. Ich meine, bis zu einem gewissen Alter will man ja vielleicht noch ein bisschen Action haben. Und da scheißt man auch gerne mal auf Planbarkeit seines Lebens und so. Und denkt auch nicht an die Rente. Aber ab einem bestimmten Punkt ist dann irgendwie so die Zeit erreicht, wo man sich sagt, hey, das kann ich nicht mehr mitmachen. Das geht nicht mehr. So, gut. Die Emma wollte, dass wir hier nochmal nach Kram checken. Und wir hatten irgendwie an zwei Enden hatten wir echt Trubbel. Big Trouble in Little China. Und da sollten wir nochmal gucken. Schlimm ist einfach nur, dass ich mich jetzt hier überall bewegen kann. Also absolut frei im dreidimensionalen Raum. Da den Überblick behalten. Überblick. Was ist denn das? So, nehmen wir erst mal die drei. So, hier waren wir sowieso tausendmal. Wir waren auch schon im Modul, im Abgetrennten. Haben gesehen, dass da keiner mehr drin ist. Weißt du, wir haben sogar diese super Information, dass der Jack oder wie auch immer er hieß, dass er es geschafft hat, dass er sich hier eigentlich irgendwo befinden müsste. Der hat sich ja rausklammigst. Denn natürlich, wenn wir Pech haben, dann hing der draußen fest, als die Station losgehobt ist. Und, äh, ja, dann ist mit dem jetzt, äh, wie soll ich sagen, Chunky Salzer oder so. Okay. Ist eine Luca? Hätte man hier vielleicht reingesäuert? Oder bin ich da rausgekommen? Ich hab doch keine Ahnung mehr, ey. Alter, das meine ich mit dem... Okay, ich glaube, ich komme hierher. Oh Gott. Ja, Lukas, das ist echt wichtig. Das, äh, das meinte ich mit der Planbarkeit, ne? Das ist wichtig, dass man weiß, wenn man frei hat, wann man arbeiten muss und nicht, rufen Sie bitte bis 11 Uhr an und dann sagen wir Ihnen, ob Sie heute noch arbeiten. Oder, wenn Sie bis 11 Uhr nichts von uns gehört haben, dann haben Sie heute frei. Hallo, was ist denn das, bitteschön? Ähm, ich möchte klar wissen, wann ich zum Zahnarzt gehen kann. Ja, sonst muss ich das in der Arbeitszeit tun. Was dann bei diesen Firmen auch nicht gerade cool ist, weil das bekommt man dann alles nicht bezahlt, weil geht ja alles nicht. Muss man nicht mehr in der Arbeitszeit machen. Und, 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 und. Aber, da sind wir nicht. Wir sind hier tatsächlich in der Nähe von Saturn. und, ich raffe immer noch nicht, welche Schäden. Einzige, wo was rot blinkt, ist genau da, wo wir aus der Luke gekommen sind. Die Solarpanel werden nicht angezeigt. Wir haben die Greifarme. Da waren wir gerade eben. Jo, denke ich mir, dass du das gut kennst von einer alten Firma. Ich denke, jeder, der es irgendwie mit diesen Sklavenfirmen da zu tun hatte, der kennt das sehr gut. Das ist ja das Problem, über das die Leute so ungern reden möchten. Dass es einfach nicht angeht, dass Arbeitnehmer ihre Zeit nicht planen können. Dass sie nicht wissen, wann sie frei haben. Hallo? Wenn ich Feuerwehrmann bin oder Netzwerkadministrator und hab Abruf, dann ist ja was anderes. Ja? Aber dann geht das auch um was. Nur, hey, dein Kollege ist krank. Kannst du jetzt mal einen springen hier das Büro putzen? Für, was? 6,30 Euro oder was? Freunde, geht nicht. Aber, ich bin eine KI und ich fühle mich gut. Worüber ich überhaupt nicht raffe, was ich hier tue, ne? Das ist super cool. Wir haben den Saturn hinter uns. Warte mal, wenn der Sonnenschein von da kommt. Warum sehe ich die Sonne nicht? Sonne, Schatten, Saturn. Saturn wird beschehen von da. Dann müsste irgendein etwas hellerer Stern hier unten, so ein Flöp, müsste unsere Sonne sein. Vielleicht sogar das da. Crazy. Äh, ja, nein, ich soll nach Schäden suchen. Also aus der Luke bin ich ja rausgekommen. Da hinten waren wir auf jeden Fall. Wir haben dann noch diese beiden Arme untersucht und jetzt können wir eigentlich hier mal dieses Mehreck irgendwie erkunden. Was hier noch so los ist. Hier war das mit den Andock-Klammern, die Modulverbindungen. Und da hat sie gesagt, okay, wenn du schon mal draußen bist, guck mal bitte nach den anderen Schäden. Das könnte ja sein, dass sich das sogar hier in der Nähe irgendwie abspielt. Leider scheinen wir hier wirklich, äh, überhaupt keine Rücksicht mehr auf unsere Salarpanel zu nehmen. Ich meine, wie gesagt, brauchen wir nicht mehr, aber dann können wir die auch abstoßen oder zu Rohstoffen verarbeiten. Ich sehe im Moment keine Schäden, keine weiteren Schäden. Gucken wir gleich nochmal in diesem großen Modul hier, was das überhaupt ist. Guck mal, das ist auch R-O-S-2 und wir haben bisher nur E-A-S. Das heißt, eigentlich sind das hier noch unbekannte Gebiete für uns. Unbekannte Module. Aber da waren wir eben auch schon mal. Egal. Ich gucke mir hier auch gerne nochmal alles dreimal an. Das ist wirklich im Moment recht wurscht. Guten Abend, Kreati. Grüß dich. Aber wenn die Emma sagt, hier sind Schäden, dann gibt es ja auch noch irgendwo Schäden. Also gucken wir mal. Und ich glaube, hier oben habe ich noch nicht wirklich alles untersucht. Wo auch nirgendwo ein Highlightning. Kein Radar, das sich zusammenzieht oder so. Hm. Ja, in dem kaputten Ding war ich schon drin. Da habe ich das Log aus dem Laptop geborgen, dass der Typ in den Raumanzug irgendwie hier raus ist und jo. Da litt. Dass wir ja dann das Modul abgetrennt haben. Und er geflucht hat irgendwie. Oh, wie kann Sam das denn überhaupt machen? Naja. So, aber ich fliege da gerne nochmal hin. Weil das ist ja auch in der Nähe der Luke. Das wäre ein logisches Ziel. Vielleicht habe ich irgendwas nicht ausgelöst im Trigger. Lass mal eben gucken. Wo kann er meinen Speicher kehren? Ne, ich habe alle da. Doch, da ist er. Shit. Nee. Das meine ich, ja. Aber kann ja gut sein, dass ich da irgendwas nicht getriggert habe. Das kam mir nämlich auch sehr, sehr seltsam vor. So von wegen, aber jetzt haben wir eine echt wichtige Information für die Emma und können dir die gar nicht mitteilen. das hat mich schon sehr gewundert. Vielleicht ja auch nicht im Modul, sondern weil es um Schäden ging, hier an dem Modul. Gut, das hatte ich eben nochmal genauer untersucht, weil es hier rot blinkt, aber das ist nur deswegen, weil die Luke offen ist. so. Und im Endeffekt sind die Schäden an SAS 12 irrelevant. Das ist abgetrennt, befindet sich hoffentlich in einer von uns abgewandten in einem von uns abgewandten Vektor. Also bewegt sich von uns weg. Sonst bekommen wir sehr bald ein paar Probleme. Okay. Hier war ein Highlight nicht schon wieder. Aha. Da fehlt noch was. Da hat man natürlich kein Storm, ne? Oder das ist einfach schon... Gleich kommt die Idee um die Ecke. Glaub ich nicht. Meinst du? Er sagt dann, geht die Raum. Geht die Hause telefonieren. Oder so. Nein, macht der nicht. Der kommt nicht vorbei. Der hält uns nicht wieder sein überkochtes Bratwürstchenfingerchen entgegen und guckt mit leiderweckend mit seinen großen Glubschaugen. Lass mich mal ganz kurz den Raum irgendwie in meine Birne kriegen. Laptop, den wir eigentlich schon untersucht haben. Ah, ich meine, diese komischen Schäden, die gucke ich mir gleich auch nochmal an. Aber darauf wird ja auch gar nicht reagiert. Diese Korrosion im Metall, weißt du? Wo? Wo? Oh. Aua. Wützt mir hier einfach immer gegen meine Außenhilde. Ja, guck mal. Okay, ich glaube, so weit war ich noch gar nicht. Also so tief hier in diesem kaputten Modul. Guck mal. Ja, klar. Eti war der Knaller. Hör mal. Auf jeden Fall. Nur heute könnte ich mir den nicht mehr angucken. Ich habe auch vor kurzem immer wieder irgendwas gesehen, was ich damals echt geil fand. Und da muss ich euch ehrlich sagen, saß ich mir im Offenen am Mund davor und dachte mir, okay, weiß ja keiner. Nein, also, ne, gerade so 80er Jahre Sachen, was weiß ich, Running Man oder so, guck euch das doch bitte nochmal an. Nee, ich glaube nicht, dass es hier noch was gibt. Ich habe aber auch noch nichts entdeckt, was irgendwelche Hinweise geben würde. Das, was hier überhaupt hätte passieren können, dürfen. das Einzige, was mir angezeigt wird, ist, der Zwölfer oder Dreier und Vierer witzigerweise. Ja, das sind eigentlich auch die, die wir kennen, ne? Ich glaube, ich habe einen Gedankenfehler. Ich denke, ich hätte bei den Modulen, die mir angezeigt werden. Na, das RUS wurde mir auch angezeigt. Da hätte ich mal auf Antworten drücken sollen. Und dann mal gucken, ob es da eine Möglichkeit gegeben hätte, mit dir gut in Kontakt zu treten. Hier war eins, EAS-4. Außer Reichweite. Da. Damage zu EAS-4 Exterieur ist superficial. Okay, sieht aus, wir haben das Feuer, bevor es aus der Hand wurde. Siehste, mein Gedanken fiel, aber dafür haben wir die gesamte Station jetzt einmal außen erkundet. Das ist doch was Feines. Du Idiot! Ne, ach, finde ich jetzt gar nicht schlimm. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eben überlegt, dass wirklich jetzt ein Bug ist und das Game einfach nicht weitergeht? Nee, dachte ich mir, das glaube ich jetzt nicht. Dafür ist das eine zu simple Mechanik. Aber ich habe auch kurz gedacht, ob da irgendwas nicht stimmt. Muss ich ehrlich zugeben. Nur, ich kenne mich doch. wie hast du das gemacht? Ich lache nicht toll. Ne, cool, machen wir mal weiter. Ja, leider, du bist später erst gekommen, Kreaty. die Solarzellen lassen wir einfach vorne, außen vor. Ja, also, Fakt ist halt, die nutzen hier nichts mehr und wir haben unseren kleinen Fusionsreaktor mittlerweile schon in den Betrieb genommen und ich bin eben auch am meckern gewesen, hier sind kaputte Solarzellen, aber das wird nicht alles kaputt angezeigt. Also von daher, alles gut, haben wir schon überprüft. ich glaube, es gab das ER4, das ROS2 und das 3er Modul müsste eigentlich auch angezeigt worden sein. Ich wüsste im Moment nicht, wo das 3er Modul ist, das war das mit den Klammern. Und hatte ich halt den Gedankenfehler, ich habe nach Fehlern geguckt, anstatt natürlich das so zu machen, wie wir es schon die ganze Zeit in dem Game machen. Mir wird was angezeigt, wenn ich irgendwas untersuchen soll, dann gebe ich Antwort und na. Nur, das ist jetzt das erste Mal, dass wir das wirklich mit der Drohne machen. Eben konnten wir das alles noch in so einer Übersicht, so wie hier, in so einer komischen Übersicht konnten wir die Dinger anwählen, dann wurde das gescannt, Luftdruck, Elektrizität, Höhlenintrigität und so. Oh, so, okay, etwas gedauert, aber das macht ja nichts. So, wir haben hier nur drei Säulen, das hier ist wieder die Säule, aus der wir ausgestiegen sind und hier müsste sich eigentlich eher drei befinden. Das ist fünf, hier ist die zwei, vier da drüben, drei ist hier, da ist das Luftdinganschluss, diese Klammern, ne, alles klar, wird mir nicht angekommen, doch, da. Ne, da ist keine Reaktion, okay. So, und dann gab es hier noch ein RUS. Ich hatte mich ja schon gewundert, ne, dass mir hier verschiedene Module angezeigt werden, aber ich hab mich dann auch schon gewundert, aber da hab ich nichts gesagt, dass mir verschiedene Module halt eben nicht angezeigt werden, ja. Aber ich hab halt jetzt ein bisschen länger gebraucht für die Schlussfolgerung. Alte Männer halt eben. Alte Männer, die auf Raumstationen starren. In Analogie zum Saturn. Krass. Alter, Alter. Was haben wir hier eigentlich oben? Also. Ich glaube, von da komme ich. Und hier sind Klammern. 4, 2, könnte das sogar der Ausstieg gewesen sein? Da ist das Ding. Ähm. Okay. Keine Ahnung. Da ist unser Ausgang gewesen, alles klar. Ähm. Alles klar. Pff. 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 Ja, genau. Das gehört dazu, das Erkunden. Naja. M-m-m. Bei so einem Spiel gerät man dann schon schon mal in, ähm, die Bedrohliche, dass man sich totläuft, ne? Und so. Gerade, wenn man etwas sucht und es ja eigentlich schon dreimal gefunden hat, aber halt die Logik nicht begriffen hat, wie man das dann halt auch wirklich umsetzt. Uh, uh, uh. Ja, so. Okay. Ich glaube, das hier war dieses R.O.S. Ähm, da kommen wir her. Jo. Vierer, Dreier, bla bla. Da waren wir gerade eben. Hm. Nee, leider nicht. Ja. Ist nicht ganz richtig, aber lass ich so einfach mal, einfach mal stehen. Hm. Gaia, Kronos, Uranos, ne? Also. Ich glaube, hat Arte das letzte Mal wieder so ein richtig geiles Ding rausgehauen. Und vor kurzem auch, ja, natürlich hast du recht mit Zeiten, ne? Ist ja auch klar. Aber der ist entweder griechisch oder römisch. Die Römer haben dann sehr viele umbenannt. Ares wurde zu Mars, ne? Also der Kriegsgott und so. Ja, 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 ja. Du hast es, du hast doch von dem, von dem, ähm, erzähl ich fast gesagt, Pantheon-Theater. Von dem, von dem, ähm, Museum gepostet. Da müsstest du das so wissen, hör mal. Na, außerdem ist das cool. Wirf ruhig noch so ein paar Themen ein, dann kann ich hier die Zeit überbrücken und wenigstens ein ganz klein wenig kaschieren, dass ich total hilflos hier das letzte Modul suche, das ich untersuchen muss. Verstehst du? Kann ich wenigstens sagen, so, ja, ja, ne, ne, und einen auf Klugscheißer machen? Kann ich ein bisschen ablenken von meiner eigentlichen Dummheit. Ist immer ganz gut so. Da ist R.O.S. 3. Oh, ich dachte, das würde mir angezeigt. Hm. Kreuzreschehen und die mögliche Ursache suchen. Entschuldigung. Ich weiß nicht alles. Das ist gut. Wenn man sowas weiß, das ist das Beste. Mehr braucht man eigentlich nicht wissen. Der Rest steht eh irgendwo. Dann kann man nachschlagen. Man muss sich nicht mit einem Scheiß belasten. Verstehst du? Ja. Auch nix an. Nee, da waren wir auch eben schon mal Modulverbindung. Meine Logik wäre gewesen, aber das haben wir, glaube ich, auch schon ausprobiert. Nur die Module absuchen, die wir auch wirklich kennen, weißt du? Das ist das eben. Aber mal ganz ehrlich, wer sich in der griechischen Mythologie nicht vertut, das muss ein Halbgott sein, weil, alter Falter, was da mit wem, wer, wo, warum, weshalb, wieso und so. Ey, forget it. Das ist so ein Mischmasch, so ein Kuddelmuddel, so ein Tohova, da, da, Tohova, bohu. Guck mal, wir waren ja hier jetzt nicht schon drei, viermal, ne? Hm. Okay. Kein Ding, ich, äh, trink mir jetzt erst mal was und dann können wir scannen. Ein Unkennungsmaterial ist present at Hull Fakture Points. Ja. Nein, 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 nein. Ah, ja, ich miet mich auch. Alter, Alter. Weltraumspaziergang Zu Emma zurückkehren Oh ja, ich komm zurück, Emma, warte Warte, Emma Emma Ähm, warte mal So, jetzt muss ich nach diesen komischen Dingern suchen Da ist hier Lupendings Bist du das Lupendings? Nein, du bist es nicht Wo ist mein Lupendings? Da Emma Emma Jetzt lass mal überlegen, in welcher Logik hat das Spiel mir das präsentiert Also, wir sind erst da runter und haben die Klammern gelöst Dann haben wir Nach den Schäden schauen sollen Und es wäre super simpel gewesen Hätte ich mich quasi ein Stück zurück orientiert Dann hätte das gescannt Jeder neugierige Mensch wäre so oder so da oben rein Und das war ja eigentlich auch nur Eine Nachricht für die gute Emma Und hatte eigentlich Also, war keine spielrelevante Sache Ähm Dann Mussten wir da drüben hin Ja klar Das war ja auch ein Anhaltspunkt Ich bin ja bei der Arme abgeflogen Habe aber nicht auf die Anomalous Materials geschaut Ne? Und von daher Habe ich das natürlich Dann so ein bisschen verpeilt Ja, aber trotzdem Wir haben die ganze Station schon abgeflogen Wir kennen die jetzt In- und auswendig Naja, eher auswendig Also, außenwendig Oder so So Prozedur einleiten, bitte Zumachen Das ist so geil, wie die da im Hintergrund auch zugeht Luft reinlassen Interne Luke öffnen, bitte Scheiße Oh my god